Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es um ein ganz wichtiges Thema, nämlich das ISO-OSI-Referenzmodell. ISO steht für, naja, ISO, also Standard. ISO verfasst Standards und OSI ist einfach der Name von diesem wunderbaren Modell, das ich euch hier schon mal aufgezeichnet habe, damit es nicht so lange geht. OSI steht für Open Systems Interconnection, aber wahrscheinlich haben sie es einfach nur gemacht, weil ISO-OSI ist irgendwie witzig. Okay, so, was ist jetzt dieses ISO-OSI-Referenzmodell? Naja, wir haben sozusagen eine Idee bekommen von der ISO, wie man das Internet aufbauen könnte. Und zwar, wir wollen ja eigentlich eine Anwendung programmieren, also im Normalfall meistens zumindest, aber in der Netzwerktechnik müssen wir natürlich auch irgendwie dafür sorgen, dass die Bits, die wir verschicken wollen, also im Prinzip wird ja alles über Bits geregelt und im Computer auch alles über Bits gespeichert. Und wir müssen schauen, dass diese Bits von unserem Rechner zu zum Beispiel dem Server YouTube kommen. Und das wird einmal komplett durch diese sieben Schichten durchgereicht. Ja, fangen wir einfach mal ganz unten an. Was macht die Bit-Übertragungsschicht? Die kümmert sich darum, wie kommen meine Bits von meinem Rechner direkt in mein Übertragungsmedium? Was heißt Übertragungsmedium? Naja, mein Kabel oder mein Wi-Fi oder Bluetooth ist ein Übertragungsmedium. All diese Übertragungsmedien müssen ja irgendwie spezifiziert sein. Es muss, da muss irgendwo ein Standard sein, der mir sagt, hey, du musst jetzt deine Bits so und so auf die Leitung kodieren. Und das macht diese erste, diese unterste physikalische Schicht, die Bit-Übertragungsschicht. So, und jetzt habe ich euch im letzten Video erzählt, wir haben Dienstzugangspunkte. Diese erste Schicht, die stellt mir Dienstzugangspunkte zur Verfügung. Das heißt, ich kann mit meiner zweiten Schicht einfach sagen, pumpt mir diese Bits auf die Leitung an die erste Schicht. Das heißt, die erste Schicht macht das Ganze für mich und ich muss, wenn ich in der zweiten Schicht bin, muss ich mich nicht mehr darum kümmern, ob ich Wi-Fi benutze oder ob ich Ethernet oder ob ich, keine Ahnung, Kabel benutze oder Bluetooth. Da steht einfach nur, pumpt mir diese Bits in meinen Datenstrom rein. Und das macht dann diese erste Schicht für uns. Die zweite Schicht, die kümmert sich darum, dass die Daten auch wirklich ankommen. Deswegen Sicherungsschicht. Aber Achtung, die kümmert sich nicht darum, dass die Daten von mir direkt beim YouTube-Server ankommen. Nein, die kümmert sich im ersten Schritt einfach mal darum, dass meine Daten an die nächste Station geleitet werden. Das heißt, von mir an meinen Router, weil das die nächste Station ist, bei euch wahrscheinlich auch. Und von meinem Router dann an den Verteiler und vom Verteiler und so weiter und so fort. Wir werden uns da noch genauer drum kümmern. Aber es interessiert die Schicht 2 kein Stück, wo die Daten genau lang gehen. Sprich, den Weg, den muss immer noch jemand anders bestimmen. Die sagt einfach nur, die Daten kommen auch wirklich von der Stelle 1 zu der Stelle 2 an. Und diese Stelle 1 und 2, die haben jeweils eine MAC-Adresse. Da sehen wir schon, wofür wir die brauchen. So, die dritte Schicht, die braucht sich dann nicht mehr darum kümmern, dass die Daten auch wirklich ankommen. Die kümmert sich darum, dass die Daten auch wirklich den richtigen Weg laufen. Das ist nämlich die Vermittlungsschicht. Die sagt quasi über diesen Dienstzugangspunkt hier, Hey, Schicht 2, ich hätte ganz gerne, dass du von diesem Rechner an diese Station, also von meinem Rechner an den Router, die bestimmt quasi, wo es hingehen soll. Sagen wir mal, ich habe zwei LAN-Kabel angeschlossen. Ja, sowas geht. Und der eine Weg geht an einen benachbarten Computer, weil ich mit dem ein lokales Netzwerk habe und mit dem, keine Ahnung, irgendwelche Spiele zocke. Und das andere Kabel geht an meinen Router, mit dem ich dann mit dem Internet verbunden bin. Wenn ich jetzt einen HTTP-Request schicke, also quasi ich rufe eine Webseite auf, dann entscheidet die Schicht 3, hey, das muss da lang gehen. Und ja, sowas in die Richtung. Okay, das heißt, die kümmert sich darum, dass meine Daten auch wirklich den richtigen Weg gehen, sprich, dass sie von mir über den Router, über den Verteiler, über Unity Media in meinem Fall und dann eben irgendwie mal irgendwann zum YouTube-Server kommen, zu dem nächsten am besten. Und das macht die Schicht 3. Die Schicht 4, die sagt wiederum, ich stelle das Ganze auch wirklich sicher. Das heißt, ich packe das Ganze so ein, dass ich auch wirklich sagen kann, entweder die Daten kommen unzuverlässig an, das wäre dann UDP, hier werden wir uns aber noch genau damit beschäftigen, keine Sorge. Das soll jetzt nur mal so ein grober Abriss werden, was dieses ISO-OSI-Referenzmodell überhaupt soll. Und die Schicht 4 möchte eben die Daten zwischen den Anwendungen quasi hin und her schieben. Das heißt, sie möchte sagen, wenn jetzt, sagen wir mal, ich öffne Teamspeak, dann ist das eine andere Anwendung, wie wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Webbrowser öffne. Und die unterscheidet eben zwischen den verschiedenen Anwendungen und stellt mir sozusagen die Ports zur Verfügung. Das heißt, eine Anwendung greift über einen Port drauf zu. Außerdem macht die noch so etwas wie Fehlererkennung, also ähnliche Sachen wie die Schicht 2. Und auch Pufferung ist dabei, Flusskontrolle, all das werden wir noch behandeln, keine Sorge. Aber die ist sozusagen die Schnittstelle zu der Anwendung. Und jetzt habe ich hier oben Schicht 7, 6 und 5 irgendwie zusammengefasst. Warum habe ich das gemacht? Naja, heutzutage, man denkt sich irgendwie, Referenzmodelle oder auch Regeln sind da, um gebrochen zu werden, so ein bisschen. Wir brechen das alles so ein kleines bisschen auf, damit wir die Funktionalität machen können, wie wir wollen. Im Prinzip ist eine Sitzung ja schon über dieser Port-Ebene. Aber die Darstellung jetzt von der Sitzung so direkt zu trennen, das bleibt eigentlich immer der Anwendung überlassen. Das heißt, wenn ich jetzt bei mir, sagen wir mal, Facebook aufrufe, dann braucht Facebook eine Sitzung. Das heißt, Facebook muss irgendwie erkennen, dass ich gerade eingeloggt bin oder sowas. Und sowas sollte eigentlich die Sitzungsschicht machen, aber es ist dann doch auch gleichzeitig die Anwendung. Weil Facebook ist ja eigentlich auch eine Anwendung, sie benutzen ja HTTP zum Beispiel. Oder HTTPS heutzutage. Und sowas kann man sich auch bei der Sitzungsschicht hier vorstellen. Sowas wie, dass eine Kommunikation, wenn ich jetzt sagen wir mal, eine Kommunikation mit Facebook aufbaue oder irgendeinen langen Daten-Download aufbaue, dass der dann wirklich erhalten bleibt. Das sollte dann die Sitzungsschicht übernehmen. Das ist aber, wie gesagt, naja, eigentlich auch schon viel Sache der Anwendung dann jeweils. Die Darstellungsschicht meint eigentlich nicht das Interface, also das, was ich dann zum Beispiel in der Webseite oder sowas sehe, sondern sie meint eher, sind Integer jetzt 16-Bit lang oder sind sie 32-Bit lang? Wie sind meine Geräte miteinander konform und so Sachen? Also eigentlich, und die Anwendungsschicht ist dann eben E-Mail oder eben normales www oder sowas. All diese Sachen. Und diese drei Schichten werden heutzutage eigentlich fast immer zusammengefasst. Man spricht ja eigentlich nur noch von der Anwendungsschicht, weil eben alles irgendwie zusammengehört auch. Also es lässt sich nicht mehr so leicht voneinander trennen. Und Schicht 4, 3, 2 und 1 sind eigentlich noch relativ schön voneinander getrennt, aber man bricht heutzutage schon teilweise ein bisschen auf. Werden wir dann auch sehen, wo man das Ganze auftrennen kann und wo es auch aufgetrennt wird. Manchmal ist es ganz sinnvoll, manchmal ist es auch nicht so geil. Aber jetzt nur, damit ihr so ein grobes Verständnis habt, worüber wir reden. Wenn wir von Schicht 1 reden, reden wir von physischem Zugang. Wir werden uns von unten nach oben, also von 1 bis 7 sozusagen, hocharbeiten. Und immer die gängigen Protokolle anschauen, all das, was nützlich ist. So, jetzt noch zu diesem Ding, was ich hier hinten aufgeschrieben habe. Man muss auch darauf achten, je mehr Schichten ich habe, desto mehr Daten kommen auch auf meine Leitung, die ich übertragen muss. Und ich möchte ja möglichst viele Daten übertragen. Also sagen wir mal, ich habe eine 100 Mbit Leitung, dann möchte ich auch meine 100 Mbit am besten im vollen Download haben. Und möchte möglichst wenig, sagen wir mal, Daten haben, die mir nichts bringen. Die nur dazu da sind, um den Weg zu bestimmen, wie zum Beispiel bei IP. Oder die nur dazu da sind, um die Anwendung zu bestimmen. Zum Beispiel hier bei den Ports. Und das soll natürlich möglichst wenig sein. Ich möchte eigentlich so gut wie gar keine sogenannten Metadaten haben. Ja, und deswegen sollte man auch irgendwie schauen, dass die Schichten möglichst gering bleiben. Okay, jetzt, was ist hier tatsächlich passiert? Wir haben hier oben die Daten, die von der Anwendung verschickt werden sollen. Also zum Beispiel, rufe Webseite facebook.com auf. Was dann passiert ist, Facebook oder mein Webbrowser eigentlich, reicht diese Daten an Schicht 4 weiter und sagt, ich benutze Port 80, weil HTTP, HTTPS benutzt eigentlich Port 443, aber, oder 443, aber, ja, sei mal dahingestellt. Wir sagen halt, wir wollen einen Port benutzen. Das heißt, wir müssen erstmal hier einen gewissen Header spezifizieren. Und theoretisch haben wir hier einen Header von Schicht 7 auf Schicht 6 auf Schicht 5. Aber die haben wir jetzt mal zusammengefasst, weil das normalerweise immer nur noch ein Header ist. Also das heißt, wir haben hier einen Header für die Schicht 4, sprich einen Transport-Header. Dann kommt zu diesen Daten, diese kompletten Daten hier, werden jetzt weitergereicht an die Schicht 3. Und es wird gesagt, ich möchte zur Zieladresse facebook.com. Facebook.com lässt sich auflösen, eine Zieladresse, werden wir uns auch noch genauer damit befassen, über ein DNS. Und diese Zieladresse muss auch irgendwo zwischengespeichert werden, die muss ja jedes Mal mitgeliefert werden. Sprich, da kommt auch wieder ein Header drauf. Und diese Daten werden dann an die Schicht 2 weitergeleitet. Die muss natürlich einen MAC-Header haben, damit sie weiß, welche MAC-Adresse mein Router gerade hat. Und was die Schicht 2 auch noch macht, ist hinten dran sogenannte Anhang zu verschicken. Also Sicherungsdaten, sowas wie eine CRC-Checksumme. Und dann brauchst du natürlich auch nochmal zusätzlichen Speicher. Und am Ende haben wir hier haufenweise Daten. Und eigentlich nur dieses kleine blaue Kästchen hier ist das, was wir wirklich verschicken wollten. Und das sollte man natürlich so gering wie möglich halten, denn das muss immerhin alles übertragen werden und zwar jedes Mal. Ja, deswegen sind Metadaten böse, weil ihr dadurch einfach weniger Speed habt und man möchte natürlich so viel Speed wie möglich. Okay, so, das ist schon mal das grobe ISO-OSI-Referenzmodell. Wir werden natürlich in die einzelnen Schichten noch genau reingucken. Also wir werden anfangen bei Schicht 1 und uns dann hocharbeiten. Und werden uns angucken, wie sieht die Schnittstelle aus, was für Protokolle werden benutzt und all das. Ja, also großes Thema, aber im Prinzip ist es auch wirklich alles, was man so brauchen kann. Ack viel mehr gibt es tatsächlich nicht. Die lassen sich relativ gut einteilen in diese sieben Schichten. Und wir werden uns da so weit es geht auch dran halten. Und ja, das war es von meiner Seite auch schon wieder. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da und so weiter und so fort. Und ihr kennt das ja alles. Bis dann. Ciao.